Hallo Leute, ich bin's. Mal an neuen Neuigkeiten. Ich bin gerade bei meinem Facebook, bei Ever After High Dolls. Das ist für Spiele und Neuigkeiten und sowas. Was ich gerade entdeckt habe, was ich auch gerade eben bei Instagram als Info gegeben habe, ist... Einen Toys R Us Exclusive Monster Tupac, Gilweber und Deuce Gordon. Also nur bei Toys R Us zu kaufen. Ich weiß nicht, wann sie in Deutschland erhältlich sein wird, aber das wird für jeden Sammler, für jeden Monster High oder Ever After High Fan einen totalen Muss. Ich guck grad, ich würde mal nachschauen, was für Neuigkeiten es gibt bzw. wann die eventuell in Toys R Us hier in Deutschland verfügbar sein wird. Ansonsten, ja, das wird, glaube ich, jede von uns freuen, weil die Jungs gibt's einfach viel zu selten zu bekommen. Ansonsten, ja, liken, kommentieren, abonnieren. Tschüss!